A3.3, der rechts abgebildete Floh, kann bis zu 0,6 Meter weit springen. Kreuzen Sie an, wie weit ein 1,8 Meter großer Mensch ungefähr springen würde, wenn er im Verhältnis zu seiner Körpergröße genauso weit wie dieser Floh springen könnte. Hier gibt es mehrere Varianten. Man kann zum Beispiel das Verhältnis Mensch-Floh ausrechnen und dann mit dem 0,6 multiplizieren oder auch gleich den Dreisatz ansetzen, was im Prinzip das Gleiche macht. Wenn man über das Verhältnis extra geht, Verhältnis Mensch zu Floh, wir haben 1,80 Meter große Mensch, umgerechnet in die gleiche Einheit, also auf dem Floh umgerechnet sind, 1800 Millimeter. Geteilt durch die 3 Millimeter vom Floh gibt einen Wert von 600, das bedeutet, der Mensch ist 600 mal so groß wie der Floh. Wir haben der Floh, der kann 0,6 Meter weit springen. Jetzt mal dieses Verhältnis multipliziert. 0,6 mal 600 sind 360 Meter. 0,6 Meter, schreibe ich hier damit rein, mal 600 sind die 360 Meter. Also ist hier das dritte Kreuz richtig. Über einen Dreisatz könnte man natürlich auch gleich rechnen. Man kann zum Beispiel folgt aufschreiben. Die 1800 Millimeter vom Floh entsprechen die 3 Millimeter vom Floh. Der Floh kann 0,6 Meter weit springen. Und wie weit der Mensch springt, wissen wir nicht. So, daraus lässt sich dann folgende Gleichung aufstellen. x ist gleich, also ich fange mit dem x an und dann gehe ich so z-förmig durch. 0,6 mal 1800 geteilt durch die 3. Auf die Einheit muss ich jetzt hier zwar auch keine Rücksicht nehmen, weil die 1800 Millimeter und die 3 Millimeter, da kürzen sich die Millimeter raus. Und übrig bleiben nur noch die Meter. Passt also alles. So, und jetzt habe ich im Prinzip die gleiche Rechnung wie oben. 1800 geteilt durch 3 sind 600. 600 mal 0,6 sind die 360 Meter. Ja, so kann ich das auch recht schnell ausrechnen. Ja, damit werde ich Aufgabe schon gelöst.